Oh, Alter, da kommt ne Herde auf uns zu, Alter. Boah, scheiße. Ja, da kommt ne Herde. Ich bin grad gespawnt und bau. Ich guck grad auf die Karte, Alter. Rundrum alles rot, ne, ey. Unglaublich. Ja, nun, aber. Denkt dran. No Smoking. Weil extreme Explosionsgefahr und so weiter und so fort. Ach so, ach, jetzt hat's Klick gemacht. Ja. Der Geräuschen ist gefallen. Ich hab grad überlegt, wieso keine Smokegranate. No Smoking. Und damit sag ich Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Battlefield 4 Multiplayer Operation Firestorm mit Dr. Vigil und dem Mann SE. Und mit mir natürlich. Ladebildschirm, hier tut sich nix. Ja, bei mir auch noch. Es liest. Vielleicht krass. Ich bin im Gefängnis. Vielleicht grad vorbei, die Runde. Du weißt doch, gut, es braucht Zeit, Manne. Zeit haben wir nicht. So wie man es nicht. Oh, jetzt geht los. Oh, ja. Wurde grad angefangen. Somit, was startet ihr? Wisst ihr das schon? Äh, Sunny. Versorge. Hinter der Mauer. Nee, geh dahin. Da, wo der Hubschrauber ist. Beim Mucker. Einen hab ich. Ja, irgendwo ist man ein Sniper. Wo sitzen die denn? Ich seh sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß nicht, wo sie sind. Rüben. 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 Rüben, 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 Rüben. Oh, nein. Alter, was? Jetzt fällt das raus zusammen. Nein, Alter. Diese Sau. Alter, gibst du gar nicht. Hat er durch eine Mauer durchgeschossen, oder was? Natürlich. Glitchi, glitchi. Gleich wieder rein. Glitchi, cheati, cheati, glitchi, glitchi. Hauptsache, Plentec-Bong, Alter. Genau, Muggis. So eine kleine 15-Jährige. Cool. Da kommt die noch runter. Da kommt zwei runter. Einen hab ich. Nein. Oh, knappes Ding schon wieder. Jo, alles klar. Gucken wir mal hin? Bravo rüber, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Irgendwo was los ist. Ich hab auch keinen abgeschossen hier. Lupi-Storm. Das ist noch einer hinter uns. Die nehmen hier wieder hin. Ja. Kommen als... Mit der Fallschirme. Komm da runter. Oben drauf ist auch was. Oh, 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 oh. Handt in dir, Mann. Der ist da oben auf denen. Ich hab einen, ich hab ihn, ich hab einen. Der da oben auf dem Gebäude war, den habe ich. Hier drin, den, oder? Achso, hier drin, in dem zusammengefallenden Baurener. Ja, den, da kommt ein Heli. Das oben drauf ist einer gelandet. Kommen wir noch mehr bei D? Hast du den hier, Mann, die? So, alle. Ich hab hier Kini gefunden. Der ist hier noch oben drauf hier, wo? Oder drinnen. Sicher? Hier unten ist keiner. Hier hinten ist einer gelandet. Wo war denn uns? Da kommen sie wieder. Irgendwo ein Spawnbreak. Ja, wahrscheinlich dahinter. Jetzt kommen die Kini weiter. Doch jetzt. Seid ihr da oben? Oder ist er oben da? Hier oben, nee, hier hinten ist, hier liegt es nicht. Wieso ist er tot? Da kommt was. Ist runtergesprochen. Ah, hab ich. Komm, da ist noch einer. Geradezu hinten bei dem Kran. Bei dem umgestützten Kran. Der läuft jetzt zu dem rechten Haus von dir aus gesehen. Nix, sieh nix. Da, was auf, sieh nix. Nee, ich hab Granate geworfen. Nee, ich hab nicht. Hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Die kommt sicherlich gleich wieder. Ich hab irgendwo ein Spawnbreak. Spawnbreak? Spawn, Spawnbaken. Wieso piekt das hier, oder was? Ja, weiß ich nicht, weil die ja immer wieder da kommen. Ich denk mal, die kommen von Bravo rüber gelaufen. Was sein, dass sie hier außerhalb irgendwo einen haben? Ich hab ihn, ich hab ihn. Da ist noch was. Ah, ich brauch Munition. Oh, hier lauft ja schon weiter. Hier lauft ja schon weiter. Manne, geradezu. Nein! Ich muss nachladen. Ja, ich hab nur noch Pistole. Oben im Haus. Oh, geradezu an den Containern war auch einer. Weil ich hatte nur noch Pistole. Da sind jetzt zwei Stück. Ich spawn noch, endlich. Drei Stück. Ich warte hier auf euch. Ja. Zwei Mann kommen rüber, Mucki. Zu spät. Da sind sie. Unglaublich. Wo kommt der denn her? Der kam von links von, äh, von dem Eingang. Einen habe ich, der andere ist jetzt in der Ecke mit 29 Prozent. Ja, genau. Da sind zwei Mann jetzt. Zwei Mann, ja. Pass auf, wenn du da reinkommst. Rechts. Rechts. Ach, verdammt. Pass auf, pass auf. Da sind sie. Zwei Mann. Drei Mann. Ja, mich haben sie. Fickt euch. Genau. F.U. Jetzt kommen sie raus, da vier Mann. Ist hier nix? Mich auch nicht. Rechts und links. Dieses Spielzack-Tartballs. Ach. Ja, von hinten wieder. Ja, ist klar. Kleine Mumus. Spawn bei mir, spawn bei mir. Ja, ich probier's. Auah, von links. Ja. Hat sich erledigt. Da ist ein Vierer, was da drin in dem Haus ist. Oh, ich weiß. Ja, ich weiß. Mann, oh, fick den, Idiot, Alter. Der hüpft da wie so ein Känguru. Ja, Alter. Was ist das denn? Ich schieße genau durch ihn durch und nichts passiert. Und wieder hier hinten. Los geht's. Ich hab so ein Déjà-vu, weißt du? Ich hab's gelb, wie oft ich hier schon untergelaufen bin. Mann, ich bin hinter dir. Zwar 30 Meter weit weg, aber... Ich bin rechts von euch. Oh, und da ist schon wieder einer. Mit der Schrot, ja. Du kannst nicht mal. Alter, da kommt ein ganzes Rudel. Ich bin hier festgenagelt. Schnapp dir die Munition, sie ist für dich. Alter, was? Boah. Haben sie auf mich gewartet, doch. Pass auf, da kommen zwei Mann rein. In das Gebäude. Drei Mann sind da. Da kommt noch ein Vierter jetzt rechts außen um die Ecke. Alter, diese scheiß Blendgranaten, ne? Mando, der hat doch links abgeschossen. Schon wieder Bon. Meine und der mit der... Also auch mal, der vorne. Ja, ja, ich weiß nicht noch, wo ich bin. Unter uns, wie so was. Unter uns? Ja, oh. Was war das denn? Hä? Haben sie einen Kübel hinter dir in die Luft gesprengt? Äh. Den Kübel? Nee, ich weiß nicht. Irgendwann haben sie hier gerade... zum Explodieren gebracht, ja. Ja, die sind ja überall. Oben auf dem Dach sitzt du so. Nicht überall! Ach, Warnung, komm ich von mir hin, ne? Scheiße. Das ist natürlich scheiß ein Sniper obendrauf, ne? Ja, der Panzer fährt draußen auch noch. Genau, drückt den Knapp, Mann, ey. Wir kommen nicht ran. Zeig dir mir die Hand, ey. Fährt alles Mögliche lang. Aber ihr seid doch hinten schon, okay. Was ist denn das, was ist denn da? 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 Ich komme jetzt rübergelaufen. Entweder ganz oben... Nee, hier unten ist noch was. Ne, ich hab nicht. Boah. Zweite... Äh, erste Etage. Da ist ja schon. Genau. Der dritte da unten. Mhm. Snowpaw der Ritter. Mann, ich bin hinter dir. Der sitzt unter der Treppe und der sieht mich. Mann, wer blockt mich? Weg. Die sind gerade, weil die gespawnt. Hast du ihn? Pass auf, da kommt noch was. Komm, da kommt einer hoch. Ich hab ihn. Ah, Blum. Einen hab ich. Bist du in der Nähe? Gin? Äh, ja, warte. Mann. Dankeschön. Der ist ja weggelaufen. Also, miesen Sniper hat gerade erwischt. Ja, ich auch. Ah, da oben ist noch was. Ich hab noch einen. Okay, wir sind zurück, ja, ne? Zu B, ne? Wo ist Mann? Mann, die läuft schon vorweg. Ja, Mann, leg mal da irgendwo zwischen den Steinen... Hier links. Paket hin. Vor dir. Schön, Mann. Das ist noch einer auf der anderen Straße. Da ist aber ein bisschen weiter vorne. Ja, da kommt er. Da drüben. Hab ich. Sehr schön. Munition, Mann, ne? Danke. Komm mal rein, die guten Kugeln ins Gewehr. Ja, ja. Hier liegt, hier ist der Kreis hier. Ja. Wir haben gerade die Kontrollen über Einsatz. Ich bin links drin, hier, Mann. Mann, was ist hier? Sitzt hier drüben auf dem Haus. Oh, hinter mir? Da kommt... Der ist da draußen bei den Steinen. Auf der rechten Seite, wenn du wieder rauskommst. Der kommt jetzt über die Straße. Da kommt er zu euch reingelaufen. Achtung, Mucki. Ja, da hinten nicht sehen. Kann mir sehen. Ich muss bloß hinter... Ich kann... Ah, ich könnte dich nicht wiederbeleben. Entschuldigung. Einen hab ich. Das ist noch einer. Drinne. Wo drinnen? Kommt da hinten wieder raus. Oh, hinter mir. Habeck. Hinter mir kommen sie hoch. Also Richtung... Was ist das? C. Einen hab ich. Da ist noch was zwischen den Steinen. Den hier draußen vorm Haus haste. Da ist noch was zwischen den Steinen. Warte, ich markiere. Oh, die kommen von unten, die kommen von unten. Ich hab markiert. Warte zu. Ich hab mich auch gesehen. Scheiße. Ich sitze, komm. Da. Warte, ich kann nix machen. Warte, ich komme. Mucki, helfen. Warte. Einen hab ich. Na, scheiße. Jetzt krieg ich da. Jetzt krieg ich da. Ist okay. Ja, der wurde von jemand anders. Ah, ah, ah. Oben auf der Steine. Ah. Panzer. Und der hab ich mir weggemacht. Der Panzer hat mich weggemacht. Sehr schön, Mucki. Kommt ihr zu mir, oder was? Donkey King. Kommt ihr zu mir? Ja. Bin hinter dir. Oh, Alter. Da kommt ne Herde auf uns zu, Alter. Oh, scheiße. Da kommt ne Herde. Ich bin grad gespawnt und barf. Ich hab... Was sagst du? Ich hab... Ich hab... Ich hab grad auf... Ich hab grad auf... Ich hab grad auf die Karte, Alter. Rundrum alles rot, ne? Ey, unglaublich. Die sitzen oben auf dem Dach. Mann, ich bin hinter dir. It's a long way to go. Achtung, ich hab ein feindlichen... Wir müssen jetzt wieder runter, da rinkommen. Oh, Mann, oh, Mann. Alter, der hat mich gesehen und ich hab... Ach, hör doch auf. Meine Watz, hier bin irgendwie... ...attach mich zur Zeit... ...ich glaubt nicht mehr. Andere Waffe. Oh, mir. So, ich hab's denn da ist nach oben los, ja? Ja, ja, ich weiß. Achtung, rechts oben gucken. Bad, Bajonett. Tada. Oh, ein Sobel. ...killt und den anderen schön wegge... ...messert. Hier ist ein Haufen drin, ja? Auf jeden Fall. Also, Aua. Nein, Alter, was? Und wo? Im Kampf, wir fallen. Ich hab mich da... ...falsch eingekennen. Da schnell weg, weil... ...hier ist Feuer! Ich komm hier nicht weg! Pass auf, gerade zu, da hinten. Links. Links am Stein. Guck, ob ich... ...dach hinkomme. Alter, wach. Jetzt wird da nicht gewöhnt. Oh, der fuck! Alter, wach! Einen hab ich. Bauen bei mir. So, ihr seid... ...kann's gut. Verstecken. Ja, scheiße. Ich schwömm' grad von hinten rum. Der Turk, schon wieder! Der sucht mich was. Ich komm zu euch. Ist bei euch sicher? It's safe! Nein. Nee. Die kommt... Die liegen da zwischen den Regalen. Bei mir war auch nicht safe. Da kam... Einer kam von hinten und einer kam von vorne um die Steine rum. Die haben mich ganz gut. Ich bin hinter dem... ...dieses Einsatzziel... ...aufpassen kann der Feindlichen im Gegenteil. Sorry. Fegelklau. Was noch einer da oben? Nee, das war nicht im Endeffekt. Da hinten ist ein Panzer... ...und hier... ...da rennt einer. Noch nicht. Meine bin hinter dir. Boah, es scheint eine Menge los zu sein. Ist wieder bloß rot. Rüfft da einfach mal ein paar Granaten rein. Nee, jetzt hast du ein bisschen Gas im Panzer. Ja. Ah, der sieht mich. Der fickt mich grad weg. Ich kann ihn nicht mehr essen. Oh man, Alter, was? Wie konnte er da auch so einen Winkel schießen mit seinem Panzer? Dick verlegen. Ach ja. Wieder ein neues. Ja, Scheiß. Tokio, Alter. Tokio, ja. Ist das nicht. Geradeaus vor mir liegt er. Geht jetzt ins Gebäude. Alter, was? Meine, hier ist Leben. Pass auf, rechts. Oh, ich sag doch noch rechts. Oh. Hinter mir, war nicht rechts. Verdammt. Ja, rechts hinter dir. Laker. Oder Stand da. Der kam aus dem Gebäude raus. Mal, da krieg ich überhaupt nichts mehr hin. Bist mir an. Rotze. Verlieren wir auch noch. Wollt keine Punkte in den Umkriegen. Das hast du nicht gesagt. Wir haben hier ein Jeep. Wir haben hier ein Jeep. Komm mit, Mann. Komm her, komm her. Zurück, zurück. Ich fahr doch kein Auto, Alter. Wir fahren nach vorne. Königin hier. Wir haben hier GTA oder was. Und Panzer. Hier ist kein Teamspiel möglich. Nein. Oh. Was ist das denn Dreck, Alter? Ja. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziele einfach verloren. Einsatzziele Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ich hasse feindlich Nervierschüßig. Robin 5 Hood, Alter. Ja. Rang 13. Ich glaub's nicht. Ganz einfach. Gebt Besteckung von oben. Geil. Ach ja. Wer hätte viel? Wer hätte viel? Der Bedeutung. Ja, das wäre mal. Hubschrauber hat er auch nur sinnlose R банhe. Na, ich habe keine Zeit, wenn man sich der Hubschrauber ist. Söge denn jetzt? Hubschrauber, da ist noch ein Panzer. Okay, ich bin irgendwo über dir. Versuch auf dem Dach zu landen und da mal gucken, ob das noch passen. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Das schaffe ich es noch. Nee, Schatz. Ich schock die Daumen. Ein Hauptziel. Hat irgendjemand C4 vor mir im Panzer? Warte bei dir da hinten. Oben auf die Steine drauf. Krass, Alter. Schön. Ich werde schon wieder angeschnipen. Ich weiß nicht, von wo wir uns sind. Oh. Oh, da ist alles rot. Da fährt was. Alter, was? Pass auf, da. Oh, fuck. Panzer hinter mir. Ist der kaputt? Nee, der steht immer noch da. Kriegst du ihn weg? Ich hab ja nichts. Wollte ich ihn weg defibrillieren, oder? Nee, Manne, Manne meinte ich. Sehr gut, Manne, Manne. Ich komm von hinten und versuch, dich wieder zu blieben. Oh, oh. Ich der Baby-Panzer. Toe. Sorry. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Achtung. Eintritt, den Charlies wurde erobert. AZ markiert. Macht ihn Platz. Schalte den. So, mal das Knöpfchen drücken. Ich hab einen feindlichen Scharfschützen gelauert. So, auf Spaß. Ja, mehr als, dass du jemand anders eliminierst. Geradezu auf der Straße, Manne. Alter, wie krass, Manne. Und von rechts. Oh, Jin. Zwei, drei Mann. Einer hab ich. Sehr schön. Hab ich. Ja, da musst du gerade große Waffen nachmachen. Und kleine. Ich geh hoch. Oh, scheiße. Oben ist keiner. Die sind unten. Unter mir. Da war einer. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich bin oben. Wiss nicht, wer da drin ist. Ich bin oben. Ich bin oben drauf. Die sind unten drin. Ja, klar. Ist das dein Ernst? Er kommt die Treppe hoch, drückt einmal. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ne. Nein, 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 nein. Sieht doch gut aus. Ähm. Aber wird auch irgendwie angegriffen. Wunderschön sieht das aus. Da kommt, da kommt ein Fahrzeug. Steigen sie aus. Ne, fährt weiter, oder? Ich hab ihn. Schön. So, wir haben die Wahl. Zurück zur A. Du müsstest, äh, ziemlich überholen. Okay, na klar. Aber kann passieren, dass sie von da runter hier rankommen, die liebe Kloppe. Naja. Deswegen vielleicht nicht so entgegenrennen. Vielleicht. Alles, was da kommt, wird ihr tötet. Bei Delta, vor Delta sind sie mit dem Falschen gelandet. Da drüben, zwischen dem Container. Granate fliegt. Granate liegt drinnen. Okay. Ansturm. Eiskalt abgezogen. Aber richtig. Mann, ich brauch Kugeln. Wo bist du? Nehm dir. Im Gebäude drinnen ist einer. Oh, sauber. Ja. Sind grad loben da hinten. Haben. Nicht lang gefackelt. Delta müssen wir. Mini-Points. Ja. Irgendwas snipert hier. Delta. Okay, da drüben, ja. Ich fährt ja mit dem Panzermänner vor, oder wat? Schwind! Haus ist... Kaputte Haus scheint sauber zu sein. Oh, ne, ne. Hab ihn. Scheiße. Hast du ihn? Oh, hier hinten beim ungekippten Kran ist einer. 53 Mann, hab ich da gesehen. Drei Mann. Drei Mann. Einer ist grad zu gerannt. Vier Mann. Zwei kommen jetzt gleich auf euch zu über die Straße gerannt. Mann, er bin hinter dir. Hab ich. Alter, scheiße. Mann, er dich umfällt. Alles gut, Mann. Kommt noch, Rina. Ist er tot? Pass auf, Gin. Kommt noch mehr hier. Kommt noch mehr hier. Nein. Ich hab ihn doch. Er kommt um die Ecke rum. Ich schieß genau auf seinen Kopf. Nichts passiert. Cool. 55 Prozent. Ich bin tot. Alter, nein. Nein, 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 nein. Versteck dich, versteck dich. Okay, vielen Dank. Ihn habe ich gar nicht noch. Ihn hat er neben. Alles gut, Mann. Alles gut. Danke. Haben wir's? Die Lüge liegt hier auch. Ja, haben wir. Das ist zuhause, ne? Oh, hier. Sehr schön. Moka. Helft Moka. Helft Moka. Helft Moka. Die kamen von hier unten. Die muss auch von... Spawn. Ja, die können auch... Stehen. Irgendwie aus dem Ding rausgeflogen sein. Na, sag schon. Hubschrauber. Ja, Hubschrauber oder aus dem... Mann, wie heißt denn dieses große, komische Flugzeug? Gunship. Genau. Gunship. Guten Schöp. Wie heißt dieses große Flugzeug? Große, komische Flugzeug. Gunship. Ich fiel deinen Arme nicht ein. Wie gesagt, lange kein Battlefield gespielt. Geradezu rechts sind ein paar. Die kommen von Charlie wieder rübergerannt. Und geradezu im Gebäude ist auch was. Ja, die schießen schon raus. Da geh ich rein. Spotten, nicht vergessen. Einer ist angeschossen. Oh, wir sind hier auf dem Dach. Ah, hinter mir, hinter mir. Oh, hinter uns. Kommen sie durch den Gang. Der geht rechts um den Container rum. Scheiße, Kino, sag ich komm nicht weg. Aua, aua, aua. Sehr schön. Er ist gut. Huiiii. Ich geh rein. Hier ist irgendwo ein Sniper drinnen. Panzer. Jawohl. Sehr geil. Hup, hup, hup. Schön. War ein gutes Spiel. Oh ja. Hat das Spaß gemacht. Schön. Ja, hat es euch auch Spaß gemacht. Spaß gemacht. Zu zu gucken. Alter. Ja, ich hoffe schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Läumchen nach oben da. Wie immer. Abonnieren, favorisieren, teilen. Und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen. Und winke, winke. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020